In diesem Video wollen wir uns mit den individuellen Feldern in Orgamax beschäftigen. Individuelle Felder sind in Orgamax eine Möglichkeit, an verschiedenen Stellen weitere Daten zu hinterlegen, die auch in der Datenbank zu speichern und sie dann zum Beispiel auch über Variablen in Textbausteinen zum Beispiel sichtbar zu machen oder sie zum Beispiel auch über den Vorlagendesigner direkt auf eine Vorlage aufzubringen, je nachdem, wo ich diese individuellen Felder dann tatsächlich auch benutze. Ich möchte hier an der Stelle drei verschiedene Varianten zeigen, wo und wie man diese individuellen Felder einsetzen kann. Hier sind es natürlich auch nur Beispiele, aber damit wird wahrscheinlich auch deutlich, wofür man die dann auch tatsächlich verwenden kann. Zunächst mal sind wir hier bei den Kunden und bei den Kunden ist es so, dass ich wie bei Artikeln, wie bei Vorgängen jeweils 20 individuelle Felder hier zur Verfügung habe. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn mit diesen individuellen Feldern? Hier kann ich Daten eintragen, die zum Beispiel für diesen Kunden immer dieselben sein sollen. Ich habe hier zwei Beispiele mal reingegeben. Ich habe hier eine Unterkategorie gewählt, da ich ja hier schon eine Hauptkategorie benutzt habe, kann ich eben hier noch eine Unterkategorie dann für mich selber vergeben, wenn ich eben meine Umsätze zum Beispiel auch noch mal über andere Wege eben auswerten möchte zum Beispiel oder wenn ich sehr umfangreiche Kategorien, Hauptkategorien habe, um eben hier noch mal zu unterteilen. Und als zweites habe ich hier zum Beispiel mal einen zugeordneten Mitarbeiter reingegeben, sodass eben deutlich wird, welcher Mitarbeiter betreut diesen Kunden denn zum Beispiel. Eine dritte Variante könnte sein, dass der Kunde uns eine Lieferantennummer zugewiesen hat und uns bittet diese zum Beispiel auch immer auf Aufträgen und Lieferscheinen sichtbar zu machen, damit er weiß, okay, von wem kommt denn das eigentlich? Auch das wäre so ein typischer Fall für so ein individuelles Feld. Also da kann ich wirklich alles reingeben, was wichtig ist in dem Fall hier halt für den Kunden und was vor allen Dingen auch gleich bleibt. Diese individuellen Felder kann man über verschiedene Wege einstellen und freischalten. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes mal an. Wir finden die individuellen Felder hier unter den Einstellungen und dann unter den individuellen Feldern. Hier sind jetzt die verschiedenen Abschnitte, bei denen es tatsächlich immer 20 verschiedene individuelle Felder gibt. Das heißt, die, die ich für Kunden freischalte und benenne, die habe ich bei Kunden zur Verfügung. Für Artikel sind hier welche untergebracht, für Angebote, Aufträge hier und so weiter. Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich bei Kunden und Interessenten, das sind natürlich dieselben, weil ich Interessenten zu Kunden und wieder zurückwandeln kann. Zwei Felder ja freigeschaltet. Hier vorne auf aktiv, das heißt, sie sind auch füllbar in dem Kundendatensatz. Einmal habe ich sie bezeichnet mit Unterkategorie, einmal als Mitarbeiter und dann ist es eben noch wichtig, dass ich selber festlege, was möchte ich hier für einen Typen drin haben. Es gibt hier verschiedene Typen. Hier ist zum Beispiel vorausgewählt eine einfache Auswahl beim Mitarbeiter, sodass ich eben nicht jedes Mal den Mitarbeiter neu reinschreiben muss. Kommt ja auch immer auf die Schriftweise an, auf die Schreibweise an. Der erste schreibt Max Mustermann, der dritte oder der zweite schreibt Mustermann, der vierte schreibt MN und so weiter und so fort. Und deswegen macht es natürlich Sinn, hier eine entsprechende Auswahl vorzugeben, die man einfach nur noch dann per Dropdown angeben muss. Bei der Unterkategorie natürlich genauso. Es gibt noch andere Varianten, die freie Eingabe, wo ich einfach Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen reinschreiben kann, wo es eben für mich auch nicht auf die richtige Schreibweise ankommt. Es gibt die Möglichkeit, ein Datumsfeld vorzugeben. Es gibt die Möglichkeit, einen Wert vorzugeben. Das heißt, ich kann nur Ziffern, Komma und zwei Stellen nach dem Komma reingeben und ich kann auch sagen, es soll hier bitte eine Checkbox sein, die ich dann im Vorgang einfach nur an- oder ausschalten kann oder im Datensatz, je nachdem. Hier ist jetzt, wie gesagt, die einfache Auswahl drin, das passt und so kann ich die individuellen Felder dann füllen. Der Vorteil dieser individuellen Felder ist eben, dass die als eigene Datenbankfelder angelegt werden und ich sie dann eben auch zum Beispiel hier in dieser Übersicht zur Verfügung habe, wenn ich zum Beispiel hier die Spalten mal definiere und sage, ich möchte jetzt auf jeden Fall mal bitte die Mitarbeiterinformationen hier sehen und ich möchte hier auch die Unterkategorie mit sehen, schalte ich mir die hier einfach mit rein. Ich habe jetzt hier die Unterkategorie, wir sehen also, hier ist die Kunden- und Interessentenkategorie und darunter eben dann die Unterkategorie, auch wenn das jetzt hier nicht zwangsläufig Sinn macht, habe ich es mal so reingegeben und hier vorne ist dann die Information der Mitarbeiter. Da sind natürlich jetzt noch in Anführungsstrichen alte Werte drin, die ich manuell reingeschrieben habe. Die müsste man jetzt über das Job-Dauernmenü halt dann entsprechend nochmal neu zuordnen, indem man den Kunden öffnet zum Beispiel, individuelle Felder aufruft und dann sagt hier, das ist Mitarbeiter A, B, C und so weiter. Was ganz ähnliches kann ich dann eben auch bei den Artikeln zum Beispiel machen. Hier sind es dann natürlich Werte, die für mich für den Artikel in irgendeiner Form weiter relevant sind, außer denen die hier schon irgendwo hinterlegt sind. Und hier bei diesen Artikeln habe ich zum Beispiel, weil ich hier viele Bücher drin habe, nochmal das Feld ESPN-Nummer geschaffen, weil das ja durchaus eine Zahl ist, die immer für diesen Artikel gleich bleibt, die ich aber vielleicht auch dann im Vorgang nochmal verwenden möchte. Ich habe hier die Auswahl getroffen, welche Form dieses Buch hat, ob es ein E-Book ist, ob es ein Softcover zum Beispiel ist und dann habe ich noch das Feld Verlag. Hier wäre es natürlich auch sinnvoll, eine Vorauswahl reinzugeben, denn die Verlage sind ja auch in der Regel dann immer die gleichen, nur ich möchte sie halt immer gleich geschrieben haben, nur dass da eben auch keine Rechtschreibfehler drin sind. Und ein drittes Beispiel wären individuelle Felder dann zum Beispiel im Vorgang. Auch da gibt es diverse Varianten, die immer mal wieder auch angefragt werden von unseren Kunden. Hier im Bereich Erweitert sind jetzt die Vorgangsfelder drin. Hier ist zum Beispiel ein Dropdown-Feld für den Rechnungsversand. Ich habe hier nochmal ein weiteres Feld für die Kommission geschaffen und ich habe hier auch nochmal ein Feld für die Lieferzeit geschaffen. Die Kommission wäre jetzt ein zusätzliches Feld, was ich neben auch der Kundenreferenznummer auch füllen kann. Da gibt es ja durchaus die unterschiedlichsten Varianten. Manche nutzen die Referenznummer zum Beispiel, um die Anfrageinformationen dort reinzugeben, Mail vom Datum XY zum Beispiel und dann eben die Kommissionsnummer nochmal separat davon. Einige möchten eine Lieferzeit angeben. Das Lieferdatum hier ist oftmals nicht ausreichend, weil hier ein konkretes Datum halt angegeben ist. Vielfach auch bei Angeboten wird zum Beispiel gesagt, pass auf, ich kann das. Die Liefern von KW 15 bis 20 beispielsweise oder 30, ganz grober Zeitraum. Und dementsprechend sind solche individuellen Felder natürlich immer auch sinnvoll, hier eben die reinzugeben. Und dann ist es eben möglich, diese Felder wiederum auch in unsere Listenansichten mit reinzubringen. Auch wieder über Spalten anpassen, Spalten definieren. Hier haben wir zum Beispiel die Kommissionsnummer mit drin. Wir haben hier die Lieferzeit mit drin. Und wir haben das dritte Feld auch noch hier irgendwo mit dazwischen. Wir, das zum Beispiel. Und dann haben wir die auch in dieser Liste mit drin und können danach eben auch diese Listen entsprechend filtern. Und das ist eben eine ganz schöne Geschichte, dass ich diese individuellen Felder halt ganz nach Belieben freischalten kann. Es ist natürlich immer so, und das darf man nicht falsch verstehen, ich schalte diese individuellen Felder hier nicht für einen einzelnen Artikel oder für einen einzelnen Kunden frei, sondern für den gesamten Kundenstamm, für die gesamten Artikel und auch für die gesamten Vorgänge. Bei den Vorgängen gibt es hier noch die Besonderheit bei den Verkaufsvorgängen, dass ich sagen kann, bei Angeboten, Aufträgen möchte ich folgende Felder haben. Und hier unten kann ich aktivieren, dass diese Felder dann an Lieferschein und Rechnung übergeben werden. Auch das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Einige möchten die individuellen Felder separat füllen. Einige möchten das aber auch so haben, dass wenn ich diese Kommissionsnummer zum Beispiel oder andere Informationen, wie zum Beispiel eine Tracking-ID hier beim Auftrag reingegeben habe, dass die dann weitergereicht wird bis zur Rechnung, weil ich sie zum Beispiel über eine Feldvariable oder auch über ein Datenbankfeld in der Rechnung gesichtbar machen möchte. Und dementsprechend haben wir hier die Möglichkeit, das dann auch an die weiteren Vorgänge weiterzugeben. Das ist wie gesagt bei den Verkaufsvorgängen so, von Angebot, Auftrag, Lieferschein bis hin zur Rechnung. Individuelle Felder gibt es dann weiterhin bei den Bestellungen und Preisanfragen selbstverständlich, bei den Verträgen und auch bei den Eingangsrechnungen, je nachdem welche Zusatzinformationen dort noch hinterlegt werden sollen. Und das waren so die wichtigsten Informationen zu den individuellen Feldern. Ganz kurz zusammengefasst eben nochmal, es sind eigene Datenbankfelder. Jedes Feld ist für sich ein Datenbankfeld. Ich kann sie für verschiedene Bereiche freischalten, 20 Stück gibt es pro Bereich und ich kann dadurch, dass es Datenbankfelder sind, diese Informationen, die ich in den Vorgängen in den Kunden reingebe, über entweder Feldvariablen oder auch über Datenbankfelder auf Vorgängen dann sichtbar machen. Wie das mit den Datenbankfeldern funktioniert in Artikeltexten oder zum Beispiel auch im Einleitungs- oder Schlusstext, das sehen wir in einem anderen Video.